Die BOT 2016 ist für Futura Yacht Systems erfolgreich gestartet. Nach drei Jahren intensiven Engineerings kann das Team jetzt die brandneue Futura 49 präsentieren. Ja, die BOT ist für uns natürlich ein echtes Highlight. Viele, viele Interessenten aus der Vergangenheit kommen wieder und haben uns natürlich mit großer Freude wiedergesehen. Dadurch, dass wir jetzt in der Serienproduktion sind und dadurch, dass wir einen extrem guten und starken Partner an der Seite haben, also es macht rundum Spaß. Zurzeit werden schon drei Yachten des ersten breiten variablen Katamarans der Welt gebaut. Kommen auch Sie nach Düsseldorf zu BOT und überzeugen Sie sich persönlich vor Ort von den vielen Vorteilen der Futura 49.